Oh, Mann. Nein, nein, nein. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wir hatten vorhin ne Runde, wo ich 100% die Zwillinge erkannt habe. Und das waren noch Zwillinge. Und die haben mir die Zwillinge ausgeredet. Nicht die, er. Ich war nicht da. Ich war nicht da. Ich hatte in Erinnerung, dass du doch da warst. Ja zuletzt, wo ihr losgefasst habt, da war ich da. Oh, Mann, ey. Und danach ist sie gestorben, mit Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das ist nicht schlimm. Ja, das war auch der andere Geschichte. Was haben wir denn? Komisch gestartet und komisch gestartet. Foto, Para und Feuerlicht. Alles klar, Feuerlicht. 1, 2. Oh, was räuchert denn da schon? Das war eine Hand? Ja. Ja, du bist tot. Dann muss es entweder Selbstfindung oder das Phantom. Aha. Dann mach ich ja nochmal rausgehend? Nööööööööööööööööööö Ja, das ist spannend, dass ihr beiden nicht hört, weil dann würdet ihr uns auf die Versammhänge mitsingen. Ich weiß nicht, was die Zuschauer manchmal im Städte ging, wenn ich hier alleine rede. Mit Wien zum Henker redet er. Hattet den Glückwunsch. Ah, sie ist so Phantom. Super. Hab ich doch richtig gesehen. 91. Hey. Ich glaube bei 97. Ja, gut, das passiert. Wie geht's wieder los? Passiert eben mal. Der Fluch des hohen Levels. No, nun komm. Ja. Es ist ja so, wie es ist, ne? Da reizt man. Hat da eigentlich alles immer funktioniert bei OBS, aber seit diesem 29-Punkt-Dot-Update funktioniert irgendwie gar nicht mehr bei mir. Schub. Das andere nicht. Alter, Mann, blöd, Mann. Ich brauche noch Fotoappara, was brauchen wir noch? Paraphon. Paraphon hast du schon mit. Und was war das jetzt noch? Kann mir nix merken gerade. Das ist noch ein IMF-Mack reingepfeffert. Fotoapparat ist zur Hand. Ja, aber für zertretenes Salz und sowas? Das fotografiere ich gerne, laut Buch. Das mache ich in der Kollektion, du. Eine Ausstellung. Zertretenes Salz. 1 bis 150. Nein. Oh, dieser... Das ist doch... Ich habe es nicht gesehen. Oh, ich kriege den nicht drauf, doch jetzt. Was ist das denn? Von Poltergeist. Ich habe auf nichts geachtet. Hätte ich jetzt auch gedacht, Poltergeist, aber... Was? Hä? Was denn? Oh, das war mal. Okay. Dann gehe ich nicht nach Paraphon. Egal. Hätte ich jetzt eingetragen? Ja. Ich kann ja... Warte mal, so, so. Warte mal, 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 so. Und mach euch mal im Spiel laut. Das war mal, so. Das war ein Reichen. Dann hört mal, so. Wenigsten so im Stream. machen das war ein reich zu bei die tonaubnahme vom spiel funktioniert ja ja das stimmt jetzt muss ich euch im disco, dass man euch nicht doppelt hört wo ist das? ich hoffe jetzt aber das nicht jetzt kommen wir die nicht mehr an ja du musst ihn ja im spiel jetzt kann ich dich aufhören jetzt hörst du mich zweimal er hat den disco raus gemacht ach ja er hat den disco raus gemacht aber da kannst du doch einfach da kannst du doch dein ne das funktioniert ja auch nicht ja aber nur mal so lange bis ich ein zwei zuschauer ja alles gut ja ja jetzt ist es bloß immer schwierig, dass man ihn dann ja auch nicht immer zwischen dem fund wird da war ja was, wenn ich auf Start klicke, dann ist ja alles weg wer hat das dann reingepackt wer hat das dann reingepackt? Oldschool du also wirklich Max reißt sich doch mal ein bisschen zu sagen du ja ja keine Ahnung weiß ich nicht in der Lobby seid ihr so leise, ihr seid nicht genug aber aber muss uns ja immer sehen, dass wir so weit auseinander stehen, so wie jetzt ja das stimmt ja 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 nein nein oh jetzt haben wir oben dann reden wir ganz leise wir geben unser Bestes Nein falschen Knopf Na ich hole dir noch eine Packung, die hier durchkriegt Ohhhhh ja ich schreibe, warum ich rede ganz normal da, da ist zu Salz Aua ich stelle mich in die Ecke, ok oder ich rede ganz ganz leise, dann geht das ja Na ich hole mir hier aus okay ja 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 ubaakku upakku upakke ob man es mir jetzt glaubt oder nicht schade dass ich es nicht gesagt habe ich habe ein obake gefühl wollte ich sagen ob man es mir jetzt glaubt oder nicht aber ich wollte es sagen ich glaub dir so ich kenne das ja nach karen braucht ja nur vier nur dann ist er da durch ich brauche noch zwei geister und und sechs falsche zwei geister und sechs falsche ehrlich jetzt geht wieder los ja ja promoson X ist wieder da boop ja was machst du denn der nächste der gleich um hilfe schreit nein hilfe 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 das ist jetzt schlimm ich schwitze am ganzen körper, ich kann nicht mehr fertig für heute warte was hat ja schon selber hängt h 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 definitiv keiner. Hört euch auf, beide zu streiten. Das war definitiv kein Mailing. Also bei mir nicht. Gar kein, das ist das Problem. Das war wieder so ein Standard. Aber, warte, ich suche ganz kurz den Buch, ich sehe da nicht im Wort gar keinen. Ganz ruhig. So, wie viele Fotos haben wir jetzt noch frei? Zertriebenes Salz, super. Wann war nochmal Jagdende? Keine Ahnung, hab nicht aufgepasst. Irgendwann 22, 23. Nein. Nein. Fast reingelaufen. Ach. Nein. Einmal. Einmal ist es wieder auf. Ja. Wir hatten schon eine Hand, oder warst du das hier aus? Wir hatten schon eine Hand, oder warst du das hier aus? Kurzer Gedächtnis des Grüßes, oder wie war das? Der hat doch vorher nicht gekrabbelt, oder? Das ist also eine Banshee. Der war vorher doch gelaufen. Ja, erstmal das und zweitmal habe ich ihn so gehört. Du sagst so Banshee? Entscheide euch! Ich kann auch mit Banshee! Na komm, ich kann mit Banshee! Nein! Ach nein! Das? Oh! Oh! Alle falsch! Wollen wir mal wieder umschalten über Discord? Weil ich fitte scheiße über Voice! Ja, mach mal! Oh! Das habe ich ihn gerade leise gemacht! Das Ingame Voice ist kacke! Man hört sich manchmal laut, manchmal gar nicht, manchmal ist es schwierig! Ja! Ja! Dann machen wir lieber wieder im Game! Ja! Äh! Nicht im Game, sondern Discord, meine ich! Das war... Das war doof! Oh! Ja! Ich bin live! Schön! Drei Stunden später kriege ich die Nachricht! Nice! Bei dir vorne auch Kyren! Ich habe die ganze Zeit gesehen über Discord, dass du um bist und dass du streamst! Aber ich habe irgendwie drei Stunden später eine Benachrichtigung gekriegt! Oh, Kyren ist ohne! Wundervoll! Ich habe euch! Hm! Ah ja! Wir schaffen es jetzt! Foto! Foto! Ich bin Foto zuständig! Foto! 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 Den in dieser Ecke! Das Ding in der Ecke! Oh! Es hat gerade wieder! Sorry! Foto! Foto! Eigenes! Kein Set! Hier geht schon ab! Oh! Wollte er gleich lossten? Ja. So, was haben wir jetzt? Interaktionszertretenes Salz und Crucifix. Verbranntes Crucifix. Nice. Oha. Der willst aber wissen, wa? Da will ein Geist mich haben. 20 Sekunden? Ne, was, was, was? Das war ein Ball. Ne, das war ein, das war ein 40 knapp. Mach auf, dass ich jetzt noch ein Foto davon träg? Ich weiß nicht, ich komme auf Weihnachten. Besser ist wohl? Ne, das nicht, sondern wenn er da die ganze Zeit ist, dann wird er da ja anfangen. Wohl auch nicht. Wo ist er denn? Ach so, da. Bei mir. Der kommt hinterher. Guck mal, ist ein Benji. Das würde passen für Benji, oder? Mhm. Oh, ich konnte kein Foto machen, Mann. Das würde passen für Benji, ja. Ich hatte kurz gedacht, ob das ein Reitschuh ist, weil er plötzlich da vorne immer schneller geworden ist. Könnte auch sein. Ich bin bei Benji. 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 Mr. Benji. Na, Foto kann ich nicht machen. So seitdem wie Rachel kommt, kann das kein Rachel sein. Aha. Und? Ein Onryo. Ach so. Das Popo-Bär hat's gewürfelt? Ja. Tja. Und hat uns mitgeteilt? Falscher Geist. Ja. Ich muss mal meine Sachen draus nehmen, ich weiß. Dann gehe ich nochmal in Rutsch mit aus Toilette. Bleib wieder da.